Akustikvorhang Alphacustik von Kreation Baumann. Einer der besten Akustikvorhänge. Die Funktionstextilie besteht aus 100% Trevira CS, einem schwer entflammbaren Polyester. Alphacustik ist halbtransparent. Die Haptik ist kühl, glatt und seifig. Die Oberfläche schimmernd glänzend. Waschen Sie diesen Tagesvorhang bei 30 Grad im Schonwaschgang. Dank seiner vertikalen Faserstruktur fällt Alphacustik in seine vorgegebenen Falten. Die feine bastartige Struktur gibt dieser Textilie seine tiefen Wirkung. Diese Struktur ist nicht nur ästhetischer Art, sondern wirkt sich auch auf die Messwerte aus. Der Alpha-Wert dieses Akustikvorhangs ist 0,6. Dies ist ein Top-Wert für die Schallabsorption. Die Räume werden so hörbarer und viel angenehmer. Verwenden Sie Alphacustik im öffentlichen sowie auch im privaten Bereich. Der Unterschied zwischen einem Raum mit Alphacustik und ohne ist eklatant. In diesen zwei Videos zeigen wir Ihnen noch andere Akustikvorhänge mit ähnlichen Testresultaten.